So, damit herzlich willkommen, mal wieder hier zurück zu einer weiteren Folge hier im LS19 Project Class, äh, äh, Projekt in dem Fall, hallo. So, ein Tag, beziehungsweise morgen oder heute Mitternacht, je nachdem, ist Release vom Add-On, beziehungsweise DLC. Und ja, wir schauen uns heute dann nochmal hier in aller Ruhe an, wie das Ganze denn mit den Pick-Ups so aussieht. Ich habe dann nämlich schon mal alles vorbereitet. Ihr seht einmal hier mit Trailer hinten dran, warum, ganz, äh, ganz simpel. Ich würde euch einmal zeigen, wenn ich selber drinnen sitze, den Rest müssen wir nämlich leider über Curseplay wieder laufen lassen, so dass ich dann nur noch selber als Abfahrer dienen kann. Als Abfahrer haben wir den Cargo 750 am Start mit einem, äh, Aktion 960, ne, ganz klassische Sache. Wir haben beim letzten Mal ja gemäht, äh, das habe ich abgeschlossen, hab das Ganze dann nochmal schön als Schwad zusammengefasst, so dass wir da, ja, schöne dicke Schwaden mit drin haben, äh, die, denke ich mal, auch ganz gut komprimiert sind, also so von 14 Metern, äh, zusammengenommen. Da wird ein bisschen was gegangen sein, ne. Ihr seht's hier, das ist schon, äh, recht ordentlich. Auch immer schön so in Schneckenform nenne ich's jetzt mal. Ähm, so, dann muss ich halt mal nur gucken, wie wir am blödesten fahren, das heißt, ich fahre einmal hier nochmal über den Schwad rüber und wir positionieren uns dann irgendwo hier erstmal in der Ecke, ganz klar. So, dann einmal, zweimal, dreimal hier, ne, viermal, wunderbar. Hier haben wir das Ganze. Warum ist das Rohr rausgeklappt, äh, hat den Hintergrund, es ist ein extra langes Rohr, und wenn ihr da hinten den Trailer dran habt, ich demonstriere euch das mal, zack, glitscht das hier rein und das hat alles Kollision. Und deswegen ist das mit dem extra langen Rohr und wenn ihr hinten den Trailer dran habt, eher suboptimal. Prinzipiell ist das mit dem Trailer suboptimal, weil wenn ihr nicht gerade Drehschimmel habt, mit dem passenden, äh, Anschluss hinten dran, habt ihr eh bei Zeiten eine volle Hütte, ne, also maximales Volumen in den Trailern drin, da braucht ihr dann entweder einen Mitspieler, der die Karre dann immer abfährt und euch neue hinbringt und das ist eigentlich auch versinnlost, ne, deswegen kann man da eigentlich auch einfach als normaler Abfahrer dienen, der neben einen herfährt. Das ist halt wirklich nur so eine, naja, schon auf Krampf Singleplayer Variante, wenn man jetzt keinen Curseplayer oder sonst was halt hat, ne, klar. So, gut, dann fahren wir einmal hier hinten mit dran, ich hoffe, er akzeptiert das Ganze, hier vorne ist nämlich jetzt auch Start, ansonsten mit X klappt ihr hier den Pickup auf, dann klappt sich das Ganze so hinter, ne, kennt man ja mittlerweile, mit V dann wiederum senken und mit B anschalten und dann hole ich mir jetzt einmal hier die Linie, ich hoffe, er bleibt auf dem Trailer, ja, bleibt er auch, wunderbar. Und, ja, so viel sehen wir hier auch gar nicht, wir sehen erst mal, dass das Ganze aufgenommen wird, das Partikelsystem dafür ist da, wir haben 20 kmh als maximale Geschwindigkeit, ich drehe das Ganze jetzt mal hier so auf 10 kmh runter, was dann angenehm ist, sieht man auch so hier hinten, wie das dann, ne, zack, mit nach oben gesunken wird und kommt dann hier am Ende des Tages wieder raus. Ihr seht jetzt aber auch schon, wir haben 8000, krass, es wird ja in dem Sinne nicht gehäckselt, sondern wir nehmen es ja einfach nur auf. Ist natürlich eine Variante, die man machen kann, muss man nicht, aber kann man, mit den Discs selber, ne, kommt ein Häckselgut raus, hier pickuppen wir das Ganze halt einfach nur. Und ihr seht, das ist eine Menge, also der Trailer ist jetzt auch gleich schon wieder voll, bei 71%, also wenn wir jetzt hier vorne einmal da angekommen sind, ich drehe das Ganze nochmal auf hier, bei 20 sind wir ja bei 90, 95, 98, ja, und hier ist dann auch schon ein Ende im Gelände, 21, äh, hoppala, 21.000 Liter, den wollte ich natürlich so jetzt nicht abhängen, so, jetzt senden wir das einfach mal kurz runter, häckseln wir mal kurz ins Nirgendswo, also das Ganze ja bekommen, ich verkaufe den ganzen Spaß dann auch einmal, dass der uns hier nicht im Weg steht, weil der ist jetzt eh relativ für uns, und nehmen dann hier vorne einmal natürlich den Einsteige-Button und geben Gas, beziehungsweise aktivieren dann gleich mal noch das Curseplay mit dazu, so dass wir dann auch ohne Probleme, äh, ich glaube wir bleiben, ja, wir bleiben am besten in der Außenlinie, also da, wo wir jetzt gerade sind, wollte eigentlich die Innenlinie fahren, aber das wird dann weiter hinten ein bisschen kompliziert sein, ja, und bitte, was hat er gespeichert, natürlich nicht mehr ansatzweise das, was eigentlich raus käme, so, jetzt gucken wir einmal hier, dass er das Ganze anklicken, gehen wir jetzt vom aktuellen Wegpunkt aus, und dann macht der Curseplay-Helfer das natürlich auch ohne Probleme, steigen wir mal hier kurz ein, nein, was macht er, oh Gott, Hilfe, okay, das war so nicht geplant, obwohl er hat hier, er hat hier einen kleinen Schlängler, da hat er zwar drin, aber so soll das eigentlich dann am Ende des Tages auch nicht sein, mal Geschwindigkeit hier auf dem Feld, auf 20 kmh reduzieren, am nächst passenden Punkt, schauen wir das Ganze wieder so rein hier, und da läuft der ganze Hase hier auch wieder, ich gebe ein bisschen mehr Gas, weil er macht natürlich auch weiter, er lässt dann zwar in dem Sinne, lässt er zwar dann auch einiges liegen, aber ich muss jetzt erstmal kurz die kmh-Anzahl einstellen, dass das Ganze ja so passt, dann einen gewissen Abstand sollte man auch einhalten, sonst sagt er sich irgendwann, ey, ich habe keinen Bock mehr, das muss halt alles so schön abgestimmt werden, mit 20 kmh, das ist eine ordentliche Geschwindigkeit, da muss man halt auch ein bisschen mithalten können, dass ihr so voll durchzieht, aber ihr seht, das läuft auch so, ihr seht auch hier, der Sitz ist alles komplett gefedert, wenn er immer Erschütterungen hat, das ist auch bei den ganzen Mods genauso, und auch hier mit Max Speed, zieht er einfach durch, ohne Probleme, zieht er einfach durch, hier werden wir ein bisschen langsamer, weil ich habe das halt so wunderschön eingefahren, man kennt mich ja, dass man die Kurven halt so kriegt, alles manuell eingefahren hier, weil ich halt ein Kirstplay-Profi bin, aber es dient ja am Ende des Tages einfach noch zur Demonstration, da zieht er jetzt wieder hier rum, wir können wieder hier Gas geben, und ihr seht noch, selbst hier auf den Abstand rast er, oder schiebt er noch hinten mit rein, und ihr seht auch schon mit, da sind sie 60% voll, auf jeden Fall eine ganze Menge, das geht ordentlich voran, und der ist auch voll aufgerüstet, also auf 800 oder ein paar Zerquetsche PS, was halt so geht, merkt man dann halt bei steilen Geräten, Gelände und Co., dass er dann halt schneller vorankommt, oder weniger schneller vorankommt, wenn es halt extrem steil wird, das sagen dann halt die PS-Zahlen drüber aus, aber das ist euch ja auch alles bekannt, da erzähle ich euch ja nichts Neues, ich würde mich auf jeden Fall wundern, wenn ich es täte, so, dann ziehen wir hinter den wieder durch, fahren wir hier noch die letzte Bahn, wie gesagt, so viel haben wir jetzt hier eh nicht mehr, beziehungsweise, so viel passt auch nicht mehr rein, also bis ganz nach vorne kommen wir eh, nicht, aber ihr seht hier nochmal das extra lange Rohr, das hat schon einen guten Radius, und jetzt sind wir auch voll, stoppt ihr hier, und jetzt können wir den ganzen Spaß, theoretisch, mit Abfahren, und Spaß haben, ganz klar, aber, Silage und Co., das haben wir uns ja alles schon angeschaut, deswegen möchte ich euch heute hier noch, sag, einmal, aus, möchte ich euch einmal noch auf dem Hof, weil ich es eh mal da hatte hier, oder habe ihr gesagt, gleich mit Doppelbereifung hier, den Ladewagen noch zeigen, da funktioniert natürlich so, wie ein klassischer Ladewagen funktioniert, aber, das war auch noch gewünscht, deswegen, kommt hier noch dieser wunderschöne Ladewagen mit, zum Einsatz, so, der Klaas Cargo ist 9500, also, wie gesagt, vom Aufbau her, beziehungsweise, so, Funktionalität, übernehmen sich ja die Maschinen jetzt alle, oder Geräte, im Allgemeinen ja alle nicht viel, das ist klar, aber keiner beim Ladewagen ist, das Rad nicht neu erfinden, außer, dass es vielleicht die Technologie gibt, wo noch mehr, und effizienter, irgendwie noch gepresst wird, und alles, aber, das ist ein Thema, reale Landwirtschaft, da bin ich raus, da bin ich komplett raus, auch so, prinzipiell läuft der ganze Hase, ihr seht ja auch so vom Aufbau her, so, in den normalen Karkosteilen, ne, nimmt sich jetzt nicht viel, ne, wir haben hinten Blinker, Bremslichter, und so weiter, und so fort, dynamische Schläuche und Kabel, ist auch eine Selbstverständlichkeit, ne, Zapfwellenanschluss, dass das alles so passt, wie es passt, das ist nichts Neues, wir können jetzt hier, mit vorne und hinten, können wir natürlich noch, die Klappe öffnen, können das auch für das Häckselgut, logischerweise nutzen, ne, er kann ja auch Häckselgut laden, falls wir da mit dem Häcksler arbeiten, das ist noch ohne Probleme drin, und auch hier können wir noch mal, die Höhe anpassen, ne, das sind aber so die Standardfunktionen, die man ja mittlerweile kennt, das ist nichts Neues in dem Fall, ja, nutzen wir mal hier, die komprimierte Schwarz, so viel dürfte da jetzt, theoretisch nicht rauskommen, eine V senken und anschalten, gehört auch hier, einen eigenen Sound, das seht ihr auch hier unten, ich gehe mal hier runter, das ist wirklich alles animiert, die Ketten hier, das geht bis nach hinten, wird also vorne vorgepresst, und kommt dann hinten irgendwo an, beziehungsweise in den Thriller halt an, ne, hier geht es dann hoch, und theoretisch ist es dann ja so, ne, dass wenn es jetzt einfach so aussieht, dass das dann so nach hinten weitergereicht wird, das wird natürlich jetzt hier nicht so umgesetzt, ne, hier erhöht sich einfach nur die Plane, so mehr drin ist, und die geht aber trotzdem mit nach hinten, ne, vorne wird es zwar auch immer mehr, aber nach hinten wird es halt dann auch, langsam aber sicher mehr, ne, jetzt haben wir hier, selber schon ist der ganze Boden bedeckt, und somit ist es aber trotzdem so ein klassischer Ladewagen, sprich vorne viel, und hinten füllt es sich dann nach und nach auf, halt so umgesetzt, wie es halt im LS jetzt aktuell Standard ist, ne, ansonsten halt drei Achsen, es gibt auch nicht viel zu sagen, und Ladekapazität sehen wir dann, wenn es voll ist, dadurch, dass es hier schön zusammengeschwadert ist, haben wir jetzt schon mal der 60% mit drin, das ist eine Menge, aber Stroh kann man ja eh nie genug haben, wenn man es nicht braucht, kann man es zur Not halt immer noch verkaufen, oder irgendwelche Produktionen, wenn man mit Club & Company und Ähnlichem arbeitet, ne, die werden es euch auch dankbar annehmen, ne, aber das ist dann jedem, ja, selbst überlassen, beziehungsweise kommt ihr wohl darauf an, wie ihr spielt, was ihr spielt, etc, etc. Das seht ihr hier von der Plane her, alles sehr, sehr angenehm, da klickt es nichts raus, da klickt es nichts drüber, ihr habt es gerade gehört, ging es hoch, einmal voll, schaltet er sich dann auch automatisch wieder ab, 53.000 Liter, gewaltige Power haben wir dann, oder gewaltiges Volumen haben wir dann, dementsprechend hier drin, wenn ich jetzt einmal sage, einmal abkippen, ne, sieht das auch ordentlich aus, äh, Stroh technisch, natürlich, kriegen wir jetzt hier, wieder ein paar Haufen mit hin, die jenseits, äh, sind, wie es eigentlich sein sollte, aber sieh, die Walzen sind animiert, unten, das Förderband ist mit animiert, ah, es gibt ein Problem, fliegt doch nicht so früh raus, das passt soweit alles, und es wird dann hinten, also vorne wird es dann weniger zuerst, und hinten bleibt es dann auch gleich, ne, das ist dann halt so typisch Ladewagen, das wurde hier nicht verändert, dass es vielleicht dann ein bisschen anders, oder logischer aussieht, ne, aber, nö, so ist es halt, ja, prinzipiell, ich will eigentlich gar nicht mehr um den heißen Brei rumreden, ich hatte fünf Folgen in diesem Projekt hier geplant, äh, allerdings, äh, wird die Serie heute schon enden, äh, erst mal aus dem ganz simplen, äh, Grund, dass ihr, wenn das noch so aktuell ist, ab heute Mitternacht eh den Download freigeschaltet bekommt, wenn mich nicht alles täuscht, und ihr dann selber loslegen könnt, für die Nachtschwärmer, oder dann spätestens morgen früh, oder morgen nach der Arbeit, oder nach der Schule, ich habe aktuell keinen Plan, wo Ferien sind, und wo keine Ferien sind, oder eure Arbeitspläne, oder Urlaubspläne, kenne ich gleich gar nicht, ne, da könnt ihr selber loslegen, und braucht mich dann morgen, in dem Sinne, eh nicht mehr, ne, ich hoffe, äh, diese kleine, ja, quickie reise ich hier durch, hat euch Spaß gemacht, ähm, war halt alles im Schnelldurchlauf, war auch nur sehr, sehr komprimiert, aber ich wollte das gleiche halt machen, wie damals mit der Anderson Farm, wenn sich da der ein oder andere noch dran erinnert, zum Anderson DLC, habe ich auch ein 5 Folgen Projekt gemacht, äh, wo es im Endeffekt einfach nur darum geht, euch die Geräte zu zeigen, ist jetzt natürlich, äh, noch eine andere Geschichte, wir haben hier 35 Stück, ja, das ist eine Menge, eine Menge, 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 ne, und das kann man natürlich, äh, nicht alles dann so kompakt zeigen, beziehungsweise, es gibt auch nicht genug, ne, das, das muss man ja auch noch, dazu sagen, jetzt kann ich das nicht mal hier hinplazieren, viel Spatman, ähm, es gibt halt auch nicht, ähm, großartige mehr Einsatzmöglichkeiten, klar, ich hätte, kann jetzt für jede andere Aktion, den anderen Traktor nutzen, ne, und alles, und auch alle Schneidwerke benutzen, und alles mal hier und mal da, aber dafür habe ich euch ja am, letzte, also am letzten Freitag, ja auch zwei Vorstellungsvideos gemacht, einmal lang und einmal kompakt, kompakt in Anführungsstrichen, das hat, es war ja trotzdem 20 Minuten, wo ich euch das alles im Detail, gezeigt habe, und ansonsten ist jetzt eure Aufgabe, wenn ihr das DLC kauft, oder gekauft habt, äh, damit Spaß zu haben, und ich glaube, gerade auch außerhalb von, von Glasfans, ja, oder Glaslieferern, werdet ihr mit den Maschinen hier sehr, sehr viel Spaß haben, weil, wie gesagt, es ist bis jetzt, was die Texturqualität angeht, was den Sound angeht, und, äh, was die Funktionalität angeht, gut, Funktionalität ist im Endeffekt so Standard, was man mittlerweile auch kennt, ne, ist klar, aber die Textur und der Sound, es ist wirklich sehr, sehr gelungen, und dann sieht man halt auch, dass Glas sehr großen Wert drauf gelegt hat, dass ihre Maschinen in einer Topform hier im LS sein sollen, und Schein hat es umgesetzt, wenn das im, äh, 21er, ja, im 21er, für alle Maschinen der Standard wäre, dann, Chapeau, muss man wirklich sagen, Chapeau, 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 nun, aber, damit entlasse ich euch, äh, denkt dran, heute letzter Tag, wo es die Möglichkeit gibt, die Vorbesteller, äh, den Vorbestellerpony noch zu bekommen, also sprich, den Glaslominator und, den Radlader mit dem R-König-Design, Link dafür ist noch in der Videobeschreibung mit verlinkt, ganz klar, direkt von Giants macht dann am Ende des Tages weniger Probleme, und ist auch für den Entwickler besser, ich bedanke mich, äh, fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, viel Spaß mit den DLC, und, oder Addon, je nachdem, ja, und in dem Sinne, ich bin raus, Tschüssigowski! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020